Es ist der Ort, den wir häufig antreffen. Die berufliche Situation für viele Leute ist mit Sicherheit so. Wenn ich die nächste SMS verpasse, könnte es mich vielleicht den Job kosten. Sie outen sich ja viel oder nicht. Weil das will man ja als erstes meistens nicht vorstellen kann, als es mich jetzt getroffen hat. Es ist ein furchtbarer Umstieg zu mir. Du kümmerst dich nicht um nichts, ja, du lässt dich rund um die Uhr bedienen. Manchmal habe ich das Gefühl, du geniesst diesen Zustand. Ja, ich habe wieder ins Leben geändert. Ja, ich habe wieder ins Leben geändert.